Diese hier zum Kauf angebotene gut gepflegte 5-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Hamburg-Ebbendorf. Die Immobilie wurde 2003 erbaut und wird über eine Gas-Zentral-Heizung beheizt. Das Objekt verfügt über 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, eine Eindorküche, eine Gästetoilette sowie einen Tiefgaragenparkplatz. Untertitelung des ZDF, 2020 Bei einer Wohnfläche von ca. 169 m² beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 660.000 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bei einer Wohnfläche von ca. 169 m² beläuft sich der Kauf angebotene Wohnung. Bei einer Wohnfläche von ca. 169 m² beläuft sich der Kauf angebotene Wohnung. Bei einer Wohnfläche von ca. 169 m² beläuft sich der Kauf angebotene Wohnung. bei einer Wohnfläche von ca. 169 m² beläuft sich der Kauf angebotene Wohnung. Bei einer Wohnfläche von ca. 169 m² beläuft sich der Kauf angebotene Wohnung. Vielen Dank.